Mensch, jetzt ist noch tierisch warm, aber ich kriege einen Anfall. Ich kann dir das gar nicht vorstellen. Der Sommer macht an zu schaffen, selbst noch in den Herbsttagen. Jetzt wollen wir noch Import. Import Bus. Kann man auch Material für mich. Ist ja nicht nach Ding sortiert. Weil der muss wieder Sachen ins System importieren, würde ich mir von hier unten holen. Blöd. Oder? Wie hoch ich mir Strom reagieren? Tetherworks würde ich dafür nicht nutzen. Da muss ich glaube ich schon fast. Da haben wir da oben... Äh, da oben haben wir nicht die starken Leitungen liegen. Ähm... Da kommt dir die Wand hin. Das heißt... Ne, passt schon. Komm, wir legen den jetzt mal so im... Zickzack dann da hin. So... Der geht gleich auch online. Ich weiß nicht... Ich brauche ja noch mehr... Mehr... Ich brauche ja noch einen, der hier hoch geht. Dann würde ich mir für den auch noch da an kriegen. Ich weiß, ich könnte auch die kleinen Kabel nutzen, aber... Ich nehme dann lieber die großen. Gleich dafür. Für die Kanäle. Weil der geht gleich auch noch online. Da müssten eine Achte online sein. Auf der Strecke. Ja, da ist er gerade online gegangen. Ein online, ja. Das heißt, wir können uns... Okay, der hat jetzt keinen Strom, ne? Ah, den könnte ich mir mal ihm besorgen. Ähm... Ich könnte... Ich will noch ein Solar-Panelfeld machen. Damit solche Sachen auch immer gepowert werden. Ich glaube, wir haben den da. Ah, bitte. Dankeschön. Das ist jetzt nur eine 5000er, ne? Ja, kommt damit aus. Das reicht. Das ging, glaube ich, sowieso nicht so oft. Genau, der ist jetzt voll. Verbraucht er denn durchgehend? Ne, ist leer. Okay. Das heißt, wenn ich dem jetzt sage... Köften, 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 köften. Köfte mir mal. Und das Sand. Kann er das dann da? Oh. Warte, macht da jetzt schon was? Okay. Noch nicht, aber... Mal next. Start. Boah, ist das laut. Wir brauchen hier unbedingt einen Soundmuffler noch. Eieieieiei. Sound. Da haben wir keinen Notenblock mehr. Ein paar mehr. Können wir immer gebrauchen. Hi, der witzige. So. Oh, ist schon leiser. Ist schon mal gut. Okay. Er kräftet auf jeden Fall. Das funktioniert. Ähm. Jetzt haben wir noch... 90. Ach, 89. Schauen wir mal eben. Oh, das ist ja... Manchmal will er nicht rennen. Weiß ich auch nicht warum. Ich habe schon Doppel-W hier. Äh. Ne, das ist die kleine. Ja, welches Ding läuft er denn jetzt? Wir haben keine Unit. Können wir das so... Anscheinend muss das so können. Aber gab es nicht so ein... Terminal... Äh. Entplied. Es gab doch, glaube ich, ein Bildschirm. Das muss ich mal selber schauen. Pattern. Ne. Storage. Interfix. Äh. Tunnel-EU, Item, Light, Fluid. Ich meine doch, so gab es doch, oder was du so kräftig hingegen hattest. Oder... Also nicht wundert, irgendwann wird die Musik auch immer gesperrt sein in meinen Videos. YouTube meinte man sozusagen... Ne, die Musik darfst du nicht verwenden. Äh. Ne, auch nicht. Ich meine, ich hätte doch mal so ein Panel gemacht. Gute Frage. Was war das denn für eins? Da komme ich nicht drauf. Bin ich nicht. Ich komme nicht auf das Panel. Aber wenn ich gerade Panel sehe, ich wollte hier noch ein... Stowage-Monitor. Stowage-Monitor. Da. Habe ich das noch? Oh, nice. Level-Emmeter. Genau. Level-Emmeter. Was? Ach, jo. Äh. Woi auch. Brauche ich auch, genau. Das brauche ich für eine andere Sache. Die ich auch mache. Da gebe ich mir ein bisschen mehr zum E-Kram. Ich brauche einmal Gelurium. Da brauche ich eine Lamp. Und zwar nehmen wir eine... Moment, da muss ich jetzt gucken. Ich habe jetzt Signal an. Das ist eine... Das ist eine Inverted. Das ist eine Lamp. Ich muss doch dann... Das ist eine... Das ist eine... Das ist eine... Das ist eine Inverted. Das heißt, ich muss eine normale Krüfte hier. Jetzt nehme ich dann eine... Eine rote ist schön, ne? Ich habe keinen Bulver mehr. Okay. Dann haben wir die jetzt. Dann brauche ich noch Redstone. Das habe ich da vorne liegen. Level-Emmeter. Im E-Kabel. Haben wir. Das wollte ich noch da vorne hinbauen. Jetzt wird jetzt unser Quascher hier. Der arbeitet noch fleißig. Dann kann man dem sagen... Boah, ich habe so viel Zeug. Ich habe so viel Strom gerade übrig. Wer braucht das doch bitte? Da haben wir noch Kabel. Das sollte mal... Ich hoffe, dass ich hier oben noch Platz habe. Scheint. Scheint noch Platz dafür zu sein. Äh... Ich denke... Bumm. Was soll genau aus dem Login? Äh... Weil es hier online ist vielleicht? Das kann man, glaube ich, direkt anschließen, oder? Was war denn nochmal? Ach, ja. Hier ist ja die... Ist das nicht hier die Uranschmelze? Ja. Komme ich da noch mit raus? Teilt sich, glaube ich, die Kanäle da, ne? Ich mag es mal zu hoffen. Es waren nur die Storage-Monitore dafür, oder nicht? Ja, genau. Und wenn der jetzt bei... Äh... Kann ich da drüber was machen? Ja, ich habe da drüber Platz. Sauber. Bis dennoch hier mal eben... Aber dicke reiße ich jetzt nicht auf. ...